Au, mein Bauch tut weh, kann mir jemand helfen? Wartet, mein Kind, ich versuche dir zu helfen. Hier habe ich einen Kräutertier für dich, dann geht es dir hoffentlich besser. Vielen Dank. Ich hole den Ritter. Mein Herr, mein Herr, im Wald ist eine Hexe, die ein Mädchen vergiftet hat. Noch so eine Teufelsfrau, das kann doch nicht wahr sein. Komm schnell knapp auf, wie bestraft. Ich habe nichts getan. Ich habe nur versucht zu helfen. Ja, ja, Teufelsfrau, das werden wir ja sehen, wenn wir den Hexentest machen. Ich bin keine Hexe, ich bin eine Heilerin. Ich bin eine Hexe, die Hexentest machen. Ich bin eine Hexe, die Hexentest machen. Untertitelung des ZDF, 2020